Ich kriege ja jetzt erst mit, dass ihr Autogrammkarten hat. Wer denn? Ella endlich. Na toll. Und warum haben wir keine? Warum haben wir keine? Das ist Marco. Marco! Sie brauchen nur noch einen Balken. Marco! Marco! Ja, richtig, 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 richtig. Marco! Er schreit! Na immerhin, immerhin, immerhin. Das ist ja die von Jacqueline, von Go's Hobby Go. I want to hear go. Marco! Gute Freunde. Marco! Christian! Reis? Ja. Marco ist hier. Das ist Marco. Das ist hier. Christian! 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 Gute! Wechselst du? Erst mal eine. Gute! Christian, können wir mal ein Foto? Das machen wir. Machen wir ein Foto. Ich möchte auch das... Das geht nicht. Hallo, Ute. Christian. Christian, bitte mal. König. Jona, die Tochter. Sabrina? Hm. Das ist die Tochter. Ja, ich habe einen Schwer. Das ist die Tochter. Das ist die Tochter. Nein, die hier vorne steht. Nein, die hier vorne steht. Nein, ich schwarze. Nein, ich schwarze. Und der gute Hut muss runter. Nein! Es steht hier auf! Nein! Nein! Guten Abend. Oh ja, du bleibst bei mir, du wartest schön, ich vorge... Ah, hier, der Simandoki, der kennst du ja? Kamandoki! Kamandoki! Hallo! Hör mal gucken! Hör mal gucken! Hör mal gucken! Schmeiß auf den Schweiger bei uns! Schmeiß auf den! Schmeiß auf den Schweiger bei uns! Weiß es für die jetzt? Weiß ich nicht. Ist es Lena? Wo? Hier? Tee?! Tin! Herr Tiegler! Herr Tieder! Leder! 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 Komm komm gleich, ja? Das ist die Scheiße. Hände, sie waren. Leder da werden, sie alle gemeinten. Jens! Jens! Der Kleine da. Jens! Ja, weiß nicht. Jens! Wir haben den Scheiß bekommen. Jens, Jens! Ja, ich hab den Gehmein. Jens! Na, das ist ja dick! Ihr Umschlag bitte mitnehmen! Danke! Zambato! Wir haben uns bei Polsterreisen gesehen. Jo, komm mit Julia! Julia! Jo! Jo! Wolfgang! Wolfgang! Wolfi! Nee, das ist doch... Jackie ist schwarz! Hey, Jackie ist schwarz! Ja, doch! 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 Christian, klar! Einmal hier in die Richtung! Einmal hier bitte! Einmal hier in die Richtung! Einmal hier bitte! Aber nicht wenn Andrea kommt! Dann ist es vorbei, ja! Jackie! Jackie! Rekki, bitte mal mit. Danke schön. Deswegen sagt sie, Andreas und Michael heißen auch. Ich will hin jetzt. Hier vorne. Der ist doch hier vorne. Der mit der Mütze. Hier vorne. Der kommt gleich. Ja, Michael kommt gleich. Hallo, grüß.